Willkommen zurück zu... der nächsten... Zu der nächsten ähm äh Fleet Facility Game wie man es so nennen darf. Äh, genau. Ich bin im Überleben da, das ist natürlich wieder sehr sehr nice. Und zwar ist... Samad! Samad! Hardy schreibt mir grad was. Oh nein! Was? Junge, Hardy! Hardy! Wieso jetzt? Von Call, Junge. Tja, das nervt mich irgendwie, dass er eigentlich... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Der ist richtig gut als Bestie. Jetzt muss ich den PC hier finden. Erstmal aber... Ey, aber wieso diese Map schon wieder? Ich krieg immer die schlechtesten Maps, die es gibt. Und dann liefen alle. Und ich krieg gern XP. Also das mach ich jetzt bei Samad auch. Ich lief einfach. Dann, wenn er mich... Nein. Du hast trotzdem XP von mir bekommen. Das Spiel hat schon ein Update gemacht. Die Person, die lief, wird als Gefangen gezählt. Dann rede doch, Hardy! Dann rede doch! Hä? Boah, hab ich mich grad... Du hast ja versucht, den Menschen zu spielen, Junge. Er sagt, er ist im Call, wow! Boah, war das knapp gerade! Das war die Rande! Okay, du hast dich grad selber verraten. Naja, die Tür ist zu. Das heißt, du warst noch da. Das war die Rande. Du bist safe beim Schrank hier, ne? Ich hoffe, ich bin nicht. Ja, du denkst auch, ich bin jetzt immer noch im Schrank, ne? Nein. Deshalb geh ich noch mal nachchecken. Geil, und nicht so laut. Geil, ich bin in der Aufnahme. Ja, da, Jun, nicht so laut. Der Bruder von Remy schreit da im Hintergrund irgendwas. Du musst auf deine große Schwester hören. Okay, das war jetzt ein Eigentor. Das war jetzt ein Eigentor. Ich hab keine große Schwester, aber okay. Das war... Oh mein Gott! Du verrätst dich schon mal selbst, Junge. Oder warum scheißt du? Hast du mich nicht gesehen?! Hast du mich nicht gesehen?! Doch, seh dich. Und jetzt verfolge ich dich. Ich war neben dir am Dach. Auf dem Dach. Aber jetzt bin ich weg von dem Haus. Zum Glück. Warum soll ich dir das glauben, Junge? Ja, kannst gerne, Junge. Junge bitte hack schnell alle Computer. Das Game. Diese Möpfe ist auch gruselig. Finde ich irgendwie... Ich hab das jetzt schon eingehackt. Ich hack grad den Zweiten. Sehr gut. Adi sagt, er ist im Call. Er sagt, er ist im Call. Juckt aber nicht. Wir wollen, dass er redet. Mh, ist so. Das ist das Einzige, was im Call sinnvoll wäre. Warum ist denn auch nicht so? War Junge, da ist Scheiße drin bei der Toilette. War... Ja, ich check grad auch nen Computer. Ja, jetzt komm. Okay, ich weiß, wo alle Computer sind. Das heißt, ich guck jetzt jede Nacht checken. Äh, ich hab auch keine Lootbox an. Äh, Lootbox. Er hat jetzt schon verkackt, Alter. Also... Ich nicht. Nee, nee. Ich bin irgendwo anders. Ich hätte grad irgendwo anders nen PC. Okay. Kannst... Warum gehst du jetzt dahin? Warum gehst du über den Holzstab? Wer hat denn gefailt? Ah, ja, 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 ja. Ich glaub, du hast gefailt, ne? Revy. Nein. Okay, Revy. Junge, hd.youtube. Wie zocken rb. Ja, ist jetzt, ist jetzt egal. Jetzt... Wenn er nicht mitspielt, dann ist doch egal. Der würde doch eh nur die ganze Zeit hier laut sein. Ich glaub, ich darf jetzt... Ich muss jetzt noch zweimal nicht fehlen. Dann hab ich den PC. Und... Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go. Ich hab schon wie ein PC gemacht. Ich hab das Gefühl... Mach alles nur alleine. Ähm... Die ist halt so dumm. Die ist halt so scheiße dumm. Die ist halt so scheiße dumm. Ich hab grad jemand Ballon gesehen. Ähm... Ich glaube, das war ich. Oder? Ah! Ah! Die ist so scheiße schlecht. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Chill doch. Alter, hab ich mich erschrocken. Du bist so schlecht, Jugo. Ich hab nicht nach hinten geschaut. Ey, bitte rettet mich. Ey, bitte. 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 Ich schenk dir dann einen Hund in Adopt Me. Ich brauch keinen. Ich hab schon so viele Hunde. Also. Egal, ich respawn. Nein! Hä? Ich brauch immer so eine Sekunde, bis ich respawn, ne? Also? Perfekt. Ja, Samad kämpft! Ebenlos. Hä? Was wundelst du? So. Oh nein. 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 Ich wurde schon gerettet. Alles klar. Du hast mich nicht gesehen, weil ich dich nicht gesehen habe. Run! Run! Das ergibt... Du bist im Dach, Junge. Was für... Kelp! Sorry, Leute, ich musste wegkommen. Dann hätte der mich. Alles klar. Ja, ich habe es auch geschafft. Let's go. Ja, Mann. Du warst genau da, wo ich entkommen bin, aber ein kleiner Tipp der Random geht an die andere Seite. Okay, danke für den Tipp. Hauptsache der Random dann. Du warst gerade genau beim Random, ja? Oder war das ein falsches Licht? Oh. 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 Wer hat denn hier verloren? Oh. Wer hat denn verloren? Oh, wer hat denn hier gekehlt? Oh, wer hat denn hier gekehlt? Du nicht. Free XP, 600 XP, ich bin gleich Level 11. Bis dann, Leute, wir sehen uns. Haut rein.